Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Rund um Koi Takura gibt es immer weitere Details, die durchaus spannend werden für einen möglichen Deal von unserer Seite. Denn mittlerweile ist ja klar, wir Schalker müssen uns extrem strecken, um die Kaufoption nächste Woche ziehen zu können. Denn bis zum 31. Mai haben wir ja noch Zeit, die Kaufoption, die ja irgendwas um die 5,5 Millionen Euro beträgt, zu ziehen. Sein Vertrag bei Man City läuft nur noch ein weiteres Jahr, deswegen wird er auf jeden Fall im Sommer verkauft. Die Frage ist halt nur, wohin? Denn sollten wir die Option nicht ziehen, gibt es wohl aus der Bundesliga reichlich Interessenten aus den Rängen 5 bis 10, wie man so hört. Also auch durchaus Vereine, die finanziell, aber auch sportlich nochmal mehr bieten können als wir. Zudem auch ein durchaus spannendes Detail. Bei Koi Takura sieht sich wohl als Sechser. Vielleicht auch nochmal eine bestimmte, ja, eine Randnotiz, die nicht ganz unwichtig ist für mögliche Verhandlungen. Denn klar ist nämlich laut der WAZ, dass wir Schalker selber mit Koi Takura noch einen Vertrag aushandeln müssten, sollten wir die Kaufoption ziehen. Und auch das ist wieder so ein bisschen problematisch, weil logischerweise durch das Interesse anderer Vereine, den Aufstieg und so weiter und so fort, Koi Takura direkt zum Topverdiener werden würde bei uns. Und auch das muss man immer alles einberechnen, weil man auf Schalk ja weiterhin solide Wirtschaft möchte und auch nur das Geld ausgeben will, was man einnimmt. Und wenn man eben dann noch nehmen und ablösen, ein hohes Gehalt zahlen muss, was noch gar nicht ausgehandelt ist, dann wird die ganze Geschichte nochmal komplizieren. Und da sind wir nicht echt gespannt, was bis nächste Woche passieren wird rund um Koi Takura. Eure Meinung zu deiner Zukunft mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf. Anna Lüschalker.